Ich begrüße Sie zu IsraelNetzTV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Ein Palästinenser hat am Sonntag nahe der Jerusalemer Klagemauer einen israelischen Juden mit einem Maschinengewehr erschossen. Zwei weitere erlitten teils schwere Verletzungen. Sicherheitskräfte töteten den Angreifer, der zur Terrororganisation Hamas gehört. Bei dem Feuerwechsel verletzte er außerdem zwei Polizisten leicht. Bei dem Todesopfer handelt es sich um den 26-jährigen Eliaou David Kay. Er war vor fünf Jahren aus Südafrika eingewandert. Das in der Türkei inhaftierte israelische Ehepaar ist überraschend wieder frei. Nathalie und Maudi Oknin kehrten am Donnerstag vergangener Woche nach Israel zurück. Premier Bennett und Außenminister Lapid dankten dem türkischen Präsidenten Erdogan und dessen Regierung für die Zusammenarbeit. Auch danken sie dem israelischen Präsidenten Herzog, der sich besonders um die Freilassung der Israelis bemüht hatte. Das Ehepaar war eine Woche zuvor in Haft geraten, weil es den Präsidentenpalast in Istanbul fotografiert hatte. Im Internet kursieren allerdings hunderte Bilder des Palastes. Israel und Jordanien haben am Montag in Dubai eine neue Zusammenarbeit im Klimaschutz vereinbart. Jordanien wird ein Solarfeld errichten und 600 Megawatt daraus gewonnenen Strom an Israel liefern. Israel exportiert dafür aus einer eigens dafür angefertigten Entsalzungsanlage 200 Millionen zusätzliche Kubikmeter Wasser nach Jordanien. Das Land leidet unter Wasserknappheit. Die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA haben das Abkommen vermittelt. Der emiratische Außenminister Al-Najan bezeichnete die Erklärung als weiteres positives Ergebnis der Abraham-Abkommen. Schach verbindet. Das sieht auch die UNESCO so und lobt das israelische Chess for Solidarity Projekt. Bei dem virtuellen Turnier traten Mitte November 520 Spieler gegeneinander an. Für den Direktor der Öffentlichkeitsarbeit bei der UNESCO, Gewell, verbindet dieses Turnier einen Wettbewerbsgeist mit einem Aufruf zum Dialog. Auch der israelische Außenminister Lapid sieht in dem Turnier die Chance, Menschen verschiedener Herkunft zu verbinden. Im Wald von Lachisch, südwestlich von Jerusalem, haben israelische Archäologen bei Ausgrabungen eine historische Festungsanlage entdeckt. In den Überresten des hellenistischen Bauwerks fanden sich Waffen, verbrannte Holzbalken und dutzende Münzen. Nach Angaben der israelischen Altertumsbehörde belegt die historische Städte eine Schlacht zwischen den griechischen Seeleukiden und den als Makabeern bekannten Hasmoneern vor rund 2100 Jahren. Die Altertumsbehörde sieht in den Funden einen Beweis für die Chanukka-Geschichten. Deren Direktor, Eskuzido, erklärte, dass durch die Entdeckung die Geschichte der Makabeer lebendig werde. Deren erfolgreiche Schlachten hätten zum ersten unabhängigen und souveränen jüdischen Staat geführt. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen. Das war Israel Netz TV für diese Woche.